Moin Freunde, wir versuchen wieder an B-Wank zu kommen. Im letzten Video haben wir jetzt geschafft Elite zu kommen. Heute ist unser Ziel Champion. Wir sind Elite, 18% ist machbar. Vergesst dich zu liken, abonnieren und natürlich Supportive Builder, kurz Hinex Place einzutragen. Würde mich sehr sehr freuen, Freunde. Kommentiert gerne mal, was ihr gerade für ein Wank seid. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Let's go! Oh, wo bist du? Oh, hier mich! Ach, du ahnst das nicht! Wo kommt denn jetzt Peter her? Oh mein Gott! Ich hab kein Schild, ey. Und ich hab nichts zum Weglaufen. Und auf einmal ist Peter da. Ich glaub, wir haben Bot verloren, oder? Bob den Bot? Ne, er lebt noch! Ach, du ahnst das nicht! Ach, du ahnst das nicht! Er lebt noch! Wir müssen ihm helfen! Oder wir campen hier einfach jetzt. Oh, da campt jemand! Ach, du ahnst das nicht! Okay, also einen haben wir geholt, ey! Was geht hier denn ab, Alter? Wir brauchen Shit! Ach, du ahnst das nicht! Erschreck mich doch nicht so, Bob! Oh mein Gott! Wir haben's! Wir haben's! Wir haben's! Wir brauchen hier ein Visier drauf. Die ist perfekt so wie sie ist. Was haben wir hier? Das ist auch gut so wie es ist, glaube ich. Wobei ich kann... Oh mein Gott, nein! Bob, du hast nicht aufgepasst! Na, schlecht gespielt, Freunde. 21. Ach, Digi, wir hatten alles. Wir hatten alles und lassen uns okayen. Was? 2% nur? Ach, du ahnst das nicht. Wir gehen in die nächste Runde, Freunde. Let's go! Was ist das denn, ey? Ich glaube, der hat kein Dings mehr. Ah doch, der hat noch Metz. Aua. Warum macht mein Bot eigentlich nichts außer markieren? Kann er nicht mal schießen? Jawohl, Jungs. Haben wir. Gut gespielt. Stark runtergespielt. Easiness. Sehr, sehr schön. Kein Problem hier. So, die Frage ist, gehen wir jetzt runter in die Höhle? Eigentlich ist das nicht unser Plan, ne. Wir wissen immerhin, wo er campt, Jungs. Und er sieht nicht so gut aus, wenn ich ehrlich bin. Wir warten kurz auf den nächsten Markierer. Ist er das? Ne. Oh Gott. Bot, kannst du uns nicht mal helfen? Oh, der ist richtig low. Bot, markier ihn doch mal, Mann. Ey, ich mag den Bot nicht. Ah, danke. Aha. Da campt einfach noch jemand drin. Das kannst du ja gar nicht mehr sehen. Bitte push nicht. Wir müssen auf den Markierer warten. Jetzt nicht dumm sterben. Das ist nicht unser Ziel hier. Ach, du ahnst das nicht. Ich komme nicht mehr an die Waffe. Komm, Bot, bitte markier ihn. Schnell. Markier ihn. Markier ihn doch bitte. Danke. Was macht er da, ey? Oh mein Gott. Scheiße, wir sterben. Na, das war's. Wir haben kein Greenlife. Das war's. Das war's, Digga. Wie schlecht. Ich kann nichts machen. Das war's. Dadurch sterbe ich. Ist das traurig. Ist das erbärmlich. Dafür haben wir aber 5% plus gemacht wieder. WTF. Wer willst du denn das erzählen, Mann? Egal. Jetzt geholen wir den Win und werden abwankt. Let's go. Zug. Da ist bestimmt jemand drauf. Den kämen wir schnell. Yo. Wir haben schön die Held Glitch-Position. Oh mein Gott. Das leckt übelst, Digga. Warum leckt es so auf dem Zug? Ich bin ein paar Mal. Jawohl. Hat der guten Loot? Oh, ich seh's nicht. Was ist das? Egal, wir gehen in da. Wir müssen uns eh hier. Oh ja, das schmeckt. Stark. Gut gespielt. Gut gespielt. Oh, da ist jemand. Oh mein Gott. Let's go, Freunde. Oh. Geht weg, ihr hässigen Bots. Top 5 müssen wir kommen. Bitte. Bitte wenigstens Top 5. Okay, Zone. Wir gehen direkt early. Wir nehmen die G-Klasse. Die gute alte G-Klassen-Taktik. Man kennt sie doch. Müsst ihr auch mal belieben. So, jetzt gehen wir nämlich erstmal Beifahrersitz. Wenn der Schung gleich kommt, dann wechseln wir wieder auf den Fahrersitz und wechseln später wieder auf den Beifahrersitz. Dafür haben wir den grauen Skin, damit wir uns in der guten alten G-Klasse verstecken können. Wie ein Profi. Wir können am Ende die Kits machen. Vielleicht sogar wieder den Win holen. Gucken wir mal. Aber G-Klasse checken wirklich die wenigsten. Ich bin jetzt zwar neu in Elite, aber ich würde bomben, dass das immer noch funktioniert. Wir fahren jetzt einfach mit der G-Klasse ein bisschen rein. So, machen den hier. Fahren nämlich runter. Oh, runter war vielleicht nicht der Call. Ich weiß es nicht. Und jetzt wechseln wir da halt einen. Okay, er hat es gecheckt. Ich hoffe, er macht kein Auge. Komm, lass mich einfach in Ruhe, Digi. Lass mich und meine G-Klasse einfach in Ruhe. Dankeschön. Okay, der eine weiß es. Der eine hat mich halt leider gesehen, dass ich nicht ausgestiegen bin. Aber ich glaube, der lässt uns jetzt in Ruhe. Sonst wird er sich halt auch angreifbar machen, wenn er jetzt die ganze Zeit auf uns schießt. Die sollen das erstmal unter sich klären. Wir sind Top 5. Wir sind Top 5. Und wir machen hier den taktischen Hasen. Muss auch mal sein. Bitte lass uns einmal... Ach, ja, die... Na ja, alle müssen moving. Das ist okay. Und die kämpfen da. Und vielleicht können wir gleich sogar abstauen. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Aber Top 5, Top 3 wäre natürlich noch geisteskranker. Also, da würde ich uns auch sehen. Die sollen mal das so schön unter sich klären. Ich habe kein Medaillon. Wir haben gar nichts. Wir haben eine grüne Shotgun. Da kämpfen wir nicht mit. Das wäre dumm. Da sehe ich mich gar nicht. Ich habe nicht mal einen Biggie. Ich habe nicht mal Frühlife. Was soll ich machen? Da machen wir den taktischen. Da machen wir den taktischen. Fahren mit unserer G-Klasse ein bisschen rum wie ein V-Life-Cupi. Oh, Top 4. Das schmeckt natürlich, ne? Das schmeckt natürlich richtig. Oh mein Gott, wir haben einen ungefahren, Digga. Es tut mir leid. Das war nicht mit Absicht, Bro. Das war nicht mit Absicht. Das war nicht mit Absicht, Digi. Wir können über alles reden. Das war nicht mit Absicht, Mann. Sorry. Es tut mir leid, dass ich dich einfach umgefahren habe. Oh mein Gott, sind wir in der Zone? Ne, ne? Auf jeden Fall klären die das gerade alle unter sich aus. Alle drei hier gerade am fighten. Mit etwas Glück sind wir in der Zone, aber ich glaube nicht, leider. Und Top 3. Einfach Top 3. Oh mein Gott, wir haben irgendwie jemanden gekillt. Okay, es wird Zeit. Den letzten zu killen jetzt. Nur noch ein killen, dann haben wir es. Ein killen, dann haben wir es. Oh mein Gott. Ein killen, dann haben wir es. Stellt euch vor, wir holen uns so den Win. Das Problem ist, der hat die Medaillons. Das hat weh. Gebe ich zu. Das muss ich kurz hier. Hat er keine Meds? Das wäre geisteskrank. Doch hat er leider. Aber ich denke mal, er hat nicht so viele Meds wie wir. Ja, er hat keine Meds mehr, glaube ich. Nein, ey, was war das für ein Last Fight? Und er war so low. Er war so low. Er war zwischendurch auf 39 HP. Ach, du ahnst das nicht. Ach, wie ärgerlich, Jungs. Das wäre es gewesen. Das war ein bisschen überfordernd. Wir gucken, wie viel Prozent wir gemacht haben. Zwölf? Zwölf Prozent nur, Digga? Och, Junge. Was ist das denn? Dafür habe ich um meine Mutters Ehre geschwitzt, Jungs. 37 Prozent. Womit haben wir angefangen? Mit 18 oder so? Das dauert ja Ewigkeiten. Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich werde im nächsten Video Champion schaffen. Das dauert zu lange, Junge. Das schaffe ich heute leider nicht, Freunde. Wir hatten aber eine gute Platz-2-Runde. Ein paar Fails. Ja, vergesst nicht zu liken. Wir sehen uns im nächsten Video. Und schreibt, ähm, schreibt, ähm, Regenbogen. Für meine neue Rainbow-Map in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Kurz geht raus. Bis dann. Ciao. Das war's.